Ja, ich habe gestern das King of Spandau-Turnier geguckt. Boah, Golden Alistair. Da war auch so eine LeBlanc, die hat eine Neiferti-Ari auseinandergenommen, kurz mal. Ja, aber Ari gegen LeBlanc ist halt auch recht. Ach sie. Keine Chance. Ja, das war schon immer so. Dann braucht ihr nicht mal Level 6 sein, da reicht ja schon Level 3. Bringt hin, macht ihr irgendwas drauf und springt wieder weg. Ne, guck mal. Dann muss man nur dran denken, vielleicht zwei Damage-Items zu kaufen. Das ist auf einer E-Do, da ist eigentlich scheißegal, ob ein Champ-OP ist oder nicht, weil ähm... Ja. LeBlanc hat glaube ich relativ viele Skillshots, die müssen uns ja erstmal treffen auf unserer E-Do. Boah, wir haben zwei Gold-Einser im Team. Ja, siehst du, wie gut wir mittlerweile sind. Du, das heißt gar nichts. Ja, was heißt Gold-Eins? Die sind vielleicht auch in der Promo, denken sich, oh Gott, jetzt haben wir ja Bronze. Wie gut, dass ich der Einzige im Bronze bin. Ne, ich bin da auch im Bronze. Du bist auch im Bronze. Du bist auch noch im Bronze. Ja. Meine Promo ging doch schief. Ja, ihr habt die Promo verkackt, weißt du doch, ne? Ja, du weißt ja, was das jetzt heißt. Wie du mir, soll ich dir? Ich fahr nach unten aus und zieh mich aus deiner Putze, ganz ehrlich. Dann fahren wir aber heute echt noch zum Marvin, würde ich sagen. Ja. Ich bin nicht da. Ich kack ihn vor die Haustür. Ich bin nicht da. Auf dem Balkon. Du kackst schon vor die Haustür und ich kack ihn in den Mund. Ich bin nicht da. Deine Haustür aber schon. Ich tu ein Fähnchen mit Herrn Donninger reinstecken, keine Sorge. Das ist gar kein Problem, Marvin. Oder wir gehen vorher noch zum McDonald's or the Burger King und dann fresse ich so viel, dass ich Marvins Namen auf die Straße kennen kann. Ja, geil. Da mach ich mit, dann kann ich. Dann geht's ab. Dann reicht's schon Marvin Donninger. Einer macht einen Vornamen, der andere einen Nachnach. Ach, das reicht doppelt. Du musst nur für Essen. Ja, da war ich jetzt zu langsam. Bei mir ist immer noch SS. Ah, da kommt's ja mit Teleport jetzt auf einmal an. Ja, da hat wohl jemand ein bisschen Verfaller. Die haben noch null Last-Hits. Ja, ich auch. Ich würd sagen, die rocken uns gerade. Aha. Na, das meinte ich. Wer ist Gold 1? Ja, wollte ich auch grad fragen. Wer wohl? Wenn's zwei Stück Gold 1 sind und wir drei es nicht sind. Ah, ja gut. Der Jungle ist da, also von uns. Aber halt Level. Kann's klappen? Nein. Das ist alles. Okay. 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 Sorry, das hätte glaube ich nicht gereicht, ich glaube den hätte ich nicht mehr gekriegt, also ohne Flash Ich weiß nicht, nein, halt Oh nein! Geil! Sorry, aber du kriegst den Kill. Ah, sehr gut. Ah, jetzt habe ich zwei, du einen. Oh, ist okay. Pass auf, die ist wieder da auf der Leine. Ach gut, war jetzt nicht ganz perfekt. Soll ich nochmal eins kaufen? Macht das Sinn? Oh, ich brauche mich später nochmal. Oh, die Schuhe machen gar kein Sinn. Ah, du bist doch zu längen geblieben. Na gut, du hast doch Spaß, das ist gut. Ach du, Robin! So, mach schon. Peace. Ich habe Angst um dich. Du hast nur Angst um deine Promo, nicht um mich. Weiters ein bisschen, okay? Ich habe mich mal bitte hoch. Danke. Ja, ich trash. Der Killer-Überheiler. Nein, wenn du immer in dem Gegend-Ding stehst, dann wird es nichts mit hochgeheilen. Gut, dass sie schon wieder keine Mana mehr hat. Ah, die Typ kann ja teilen, ne? Ja. XIN kommt gleich. Ja, ich bin ein, ich habe kaum noch Wettbewerb. Nein. Das ist Marvin. Geht das nicht? Scheiße, Marvin. Das war scheiße. Ah, sorry. Ja, okay. Ja, den haut er noch hoch. Jawoll. Nice. Aber du hast den sofort nicht mehr bekommen. Aber, ich glaube, ein Gefühle der Xim ist jetzt auch nicht so schlimm. Na, schon okay. Super, jetzt habe ich Niedersupp. Na egal, jetzt kommt ganz weiter. Da, du hast noch einen Support bekommen. Nein, besser als nichts. Nicht der Perfekt, aber das ist nicht schlecht. Also mit meinem Ward-Item, das geht schon wieder um Bachrotter. Ich sehe es schon wiederkommen. Das ist schon wieder so schlecht wie du zu Team. Ich habe nicht... Nein! Nein! Die hat mein Ding unterbrochen. Lech? Ne, habe ich nicht mehr. Fuck! Die ist eine Lackerin. Oder Skill? Ne, das war dumm getimed von mir einfach. WICH?! Danke. Ja, also... Skill. Ne, nicht wirklich. Wenn, dann war es die Skill von mir, aber... Die hat einfach nur ihre Dinge rausgehauen. Ich glaube nicht, dass das geplant war. But bitte don't feed LeBlanc. Ja, gutes. Der Bot fehlt. Brauch's erst. Und? Was ist der SS? Achtung! Du kommst mit der Don't feed LeBlanc, kannst du knicken. Du kommst mit der Don't feed LeBlanc. Der Block fehlt in der Mitte. Aber mich ist ja gut geworden. No! Mann! Will noch einen Support! Weg, 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 weg! Da steht kein Support mehr. Ah, steht kein Support mehr. Haben Gefieder, der XIN ist auch nicht schlecht. Vor allem der XIN ist nicht so schlecht. Sieht ja auch gut. Soll ich mich runter in den Ward-Porten? Boah, ich glaube nicht. Achso, okay, wir sind gerade eh weg. Ich bin am Trading. Machen du. Oder? Alex kann schon offensiv da auf die draufgehen, dann podde ich mich runter. Ja, dann... Naja, ich weiß nicht. Du musst halt sagen, ja oder nein. Ja, ja, okay. Wuhu! Ach du Gold! Ja, geil. Das war nicht so geil. Wuhu! Naja, ich hab einen erwischt, aber... ... der Rest... Naja... Nur eins gegen eins ist auch fast nicht geil. Ne, ich bin auch gestorben. Ja, eins gegen eins sag ich doch. Ah. No! Uh, Shit. Oh fuck, der Tor. Ja, ich bin auf dem Weg aber... Nein. Ich bin weg. Ein guter Pack. Ärger von diesen Reinen. Pass auf, die kommen wieder runter, Mami. Ich muss weg. Keine Ahnung mehr. Oh, okay, ich kann nicht mehr mit der Riven dealen. So was aussieht. Oh Mann, hab die Silve Longer jetzt schon 6 Kills. Jep, das wird nicht spaßig. Oh, wow. Keine Ahnung, wo Bodge ist. Der eine ist gerade nur relativ weit hinten, aber der andere, keine Ahnung. Und da ist er. Und da ist er. Wow, weg, 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 weg. Oh, fuck, ist es. Keine Chance. Nee, keine Chance gegen Lippler. Das war doof. Jetzt fiel ich Lippler auch noch doof. Die Wannschade dich halt echt heftig. Nee, ist was doof, da reinzugehen. Marvin, geh lieber weiter back, weil der Lister würde dich auf jeden Fall diben dann. Ja, ich glaub. Und tschüss, Xingzau. Das ist so. Nein, ich glaube. bei mir ist es ich mache den tower das erste im spiel da kommen die leblanc, die leblanc ja ah super sorry nichts machen können ich habe die nie noch richtig na die leblanc hat auch nichts mehr power ist weg aber ja ah der erste tower von uns na ist auch ok wehe von allen na ich meinte so im sinne wir haben ja den ersten tower geholt was oh mitzau woher hat die eigentlich fünf kills ich habe zum beispiel so aktion die leblancen ich weiß nicht so geil ist der doch nicht der rennt einfach nur stur dumm rein kann nix machen die leblancen an na không não Versuch's mal wenigstens unter dem Tower zu halten. Ja nix machen, wenn der hier auf mich drauf springt. Wenn ich weg springen, gar nix. Ja, was sagtest du schon wieder so ne selten dämliche Aktion? Die hat sieben Kills, das ist unglaublich. Ich kotz ab, ey. Der Weg wäre auch wieder da. Ja, das sind alle. Jetzt kommen sie mitbleiben. Oh, ich geh mal dies. Ist das bei mir schon mal der Alistar? Ach man, der ist doch zum Kotzen. Hm, ja gut. Ja, was soll ich denn machen? Ja. Ja. Wenn du sowas nach vorne so einen Wattup hast, kann ich nicht kiten. Also. Zwei Tower weg, nice. Zwei Tower weg. Weil jeder hoch war der Einzelne rein. Ja, natürlich stoppt er. Das sind zwei extreme Einzelspieler, sind das so übertrieben? Aufgedeckt. Jetzt rennen wir lieber die Angelegenheit. Das stimmt vielleicht wieder. Kommt auch kein Schadens-Output bei der Kate raus. Ach, keine Ahnung, irgendwas mal. Ich glaub falsch. Das ist Kate. Was erwartest du bitteschön? Nein, Kate ist halt nicht dafür da, um die höchsten Schadensspitzen zu haben. Ja, aber ich finde das... Oh, ne. Na, super. Mal gefeilt. Achtung, Kate weg, 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 weg. Das ist zu langsam. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen Ja Lacker Hätte nicht gedacht, dass das überlebt ist, Kevin Ich weiß noch nicht, ob mein Taube überlebt Ich komme gerade zu dir Ich bin gleich da Ich bin doch da, in der Ruhe Vega hat keine Gegner vor allem Wir sind alle beim Parallel Alex ist nicht bei dir Dann kommt mal her Woher wüssten die, wie du heißt? Ich gucke jetzt einen Stream Ich bin schon Wir brauchen uns nicht schon wieder zu teilen Reicht dann Zwei Leute über die Map ran Alistair, will ich hinterlaufen? Ja Oh Gott Oh, ne Jetzt wird die Sau hier hoch kommen Warum das? Was er das kann? Ja, die kommen glaube ich alle hoch Die kommen alle Oh je Ja, Bots sind zwei Ja, da geht zwei Bots Ich gehe auf Top Achtung hinter euch Hinter euch Hinter euch Puh Hehehehe Jopp, jetzt sterb ich auch noch Oh leck mich Hast du noch Flash? Und was wird's bringen? Er ist nie Ja, aber hättest du das Slip-Long-Ding gestotcht Hätt's vielleicht auch noch reichen können Ja, okay, danke Ja, ich kann nix machen ganz ehrlich Ja, das Spiel ist vorbei Achso, sind alle tot Ja gut Sie werden euch nie Also ich sehe Ich habe uns zu keinem Zeitpunkt irgendwie auch einen Ansatz heute gewinnen zu sehen Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht Ah man, ein guter Teamfight könnte es schon trinken Ah, wie viel Teamfight hatten wir denn schon? Ja, wir haben da unten im Donut Ist da Leute Ah, heller Ja, wie viel Teamfight hatten wir denn schon Ich verstehe es nicht, warum man denn da immer allein rein muss Wie weiter Chasu spielt Naja, weil sie halt denken sie sind Gold 1 und der Rest nicht und Das ist gefährlich an Chasu Und so So ein Ding Und so Und so One-for-s-one-charakter So 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 Oh Gott Ha What the hell? Ey, was ist denn das? Ach, ein Ding, ah War das ein Penta? Ne, war das keiner? Ja, Noob Tja Der Y war wohl besser Soll ich ja denn eindrücken? Ja Was willst du denn drüber machen? Ich gehe doch Von dem her Ja 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 Ja